In Teil 3 dieser Videoreihe lernst du das zweite Gossensche Gesetz kennen. Spoiler-Alarm, es ist nicht ganz so intuitiv wie das erste Gossensche Gesetz, vergiss also nicht, dir am Ende die Zusammenfassung aus der Videobeschreibung downzuladen. Los geht's! In dem vorausgehenden Video hatten wir uns angeschaut, wie sich die Konsummenge von Cocktails auf den Gesamt- und Grenznutzen auswirkt. Dabei haben wir die Erkenntnis gewonnen, dass ein vernünftiger Haushalt nur so viele Mengeneinheiten eines Gutes konsumieren sollte, bis der Grenznutzen 0 beträgt. Es ging also um die Bestimmung des Nutzenmaximums bei dem Konsum eines einzelnen Gutes. Für das zweite Gossensche Gesetz gehen wir nun davon aus, dass ein Haushalt seine Konsumsumme nicht nur für ein Gut, sondern für mehrere Güter verwendet. Unser Ziel ist es dabei, das Haushaltsoptimum zu bestimmen. Also die Güterkombination, welche ein Haushalt mit seiner Konsumsumme kaufen sollte, um seinen Gesamtnutzen zu maximieren. Weil es dabei ziemlich umständlich wäre, alle erwerbbaren Güter einzubeziehen, gehen wir in unserem Modell davon aus, dass jeder Haushalt nur die drei nachfolgenden Güterbündel konsumieren kann. Güterbündel A beinhaltet Grundnahrungsmittel, Güterbündel B steht für Freizeitaktivitäten und Güterbündel C für Genussmittel. Dem Haushalt stellt sich also die Frage, wie viele Mengeneinheiten der einzelnen Güterbündel er kaufen sollte, um das Haushaltsoptimum zu erreichen. Um dies zu klären, müssen dir diese Begriffe aus Teil 1 bekannt sein. Solltest du damit Schwierigkeiten haben, dann schau dir jetzt das Video oben rechts an. Auch für das zweite Gossensche Gesetz gilt die Annahme, der Nutzen sei kardinal messbar. Wir kennen also den Grenznutzen jeder zusätzlich konsumierten Mengeneinheit der einzelnen Güterbündel. Der Einfachheit halber wird dabei angenommen, dass jede Mengeneinheit eines Güterbündels 10 Euro kostet. Wenn nämlich jede Mengeneinheit der verschiedenen Güterbündel gleich viel kostet, können wir die Preise ignorieren und uns nur auf die konsumierten Gütermengen beschränken. Zuletzt treffen wir noch die Annahme, dass dem betrachteten Haushalt eine Konsumsumme von 90 Euro zur Verfügung steht. Schauen wir uns zunächst noch kurz die Tabelle an. Wenn du die Grenznutzen der einzelnen Güterbündel betrachtest, fällt dir auf, dass diese mit jeder weiteren konsumierten Einheit abnehmen. Den Grund hierfür hast du bereits in Teil 2 dieser Videoreihe gelernt. Wenn du die Grenznutzen der jeweils ersten konsumierten Einheit über die verschiedenen Güterbündel vergleichst, fällt dir zudem auf, dass dieser bei A am größten und bei C am kleinsten ausfällt. Auch das scheint logisch. Stell dir hierfür vor, ein verrückter Wirtschaftswissenschaftler entführt dich und setzt dich hungrig und mit 90 Euro ausgestattet in einer fremden Großstadt aus, in der du einen Abend verbringen sollst. Vermutlich wirst du dich dann zuerst darum kümmern, nicht zu verhungern, bevor du dir im Anschluss überlegst, wie du deine Freizeit verbringst. Und erst wenn du nicht mehr todeshungrig bist und dein Freizeitprogramm einigermaßen steht, wirst du anfangen, Genussmittel zu konsumieren, um den Schock über die Entführung zu verdauen. Wenn du auf diese Weise vorgehst, dann entscheidest du dich immer für das Gut mit dem aktuell höchsten Grenznutzen und maximierst somit automatisch dein Gesamtnutzen. Wie das in unserem Beispiel aussieht, zeige ich dir jetzt. Den höchsten Grenznutzen in der Ausgangssituation liefert die erste Mengeneinheit von Güterbündel A. Diese wird also zuerst von dem Haushalt nachgefragt werden. 10 Euro der Konsumsumme werden aufgewendet, um eine Mengenheit hiervon konsumieren zu können. Der Gesamtnutzen des Haushalts erhöht sich hierdurch um den Grenznutzen dieser ersten konsumierten Mengeneinheit. Den zweithöchsten Grenznutzen stiftet die zweite Mengeneinheit desselben Güterbündels. Deren Konsum erhöht den Gesamtnutzen um weitere 120 Nutzeneinheiten. Nach dieser Logik wird als nächstes die erste Mengeneinheit von B konsumiert, weil ihr Grenznutzen mit 100 Nutzeneinheiten größer ausfällt als derjenige der nächsten Mengeneinheit von A oder C, welche jeweils einen Grenznutzen von 90 aufweisen. In welcher Reihenfolge die dritte Einheit A und die erste Einheit C gekauft werden, spielt aufgrund der identischen Grenznutzen keine Rolle. Die Konsumsumme reicht für beide Mengeneinheiten aus und der Gesamtnutzen erhöht sich entsprechend. Die nächste Konsumentscheidung ist dagegen wieder eindeutig. Da die Grenznutzen der zuletzt gekauften Einheiten gleich groß sind, spielt auch hier die Kaufreihenfolge keine Rolle für die Veränderung des Gesamtnutzens. Hat sich unser Haushalt wie in unserem Beispiel beschrieben immer für den nächstgrößten Grenznutzen entschieden, hat er den maximalen Gesamtnutzen mit seiner Konsumsumme erzielt. Das zweite Gossensche Gesetz besagt, dass das Nutzenmaximum erreicht ist, wenn die Konsumsumme so auf die verschiedenen Güterbündel verteilt wird, dass die Grenznutzen der zuletzt beschafften Mengeneinheiten gleich groß sind. Sollte dich wirklich einmal ein verrückter Wirtschaftswissenschaftler entführen wollen, dann zeig ihm einfach, dass du meinen Kanal abonniert hast. Dann lässt er dich vielleicht in Ruhe. Am besten du druckst dir dafür noch die Übersicht aus der Videobeschreibung aus, als Nachweis sozusagen. Bis zum nächsten Mal. Die Entste Zittel haben noch ein bisschen Sinds Tryb报zu.